Das ist Sandy. Sandy hat relativ kurze Haare, aber zum Flechten reichen sie ganz gut und du kriegst Open Braid und Jamila hat dich inspiriert. Stimmt's? Ja. Freust du dich? Ja. Ich freue mich auch, dass du da bist und das werden wir dann zeigen. Und das Handy ist fertig. So sieht es aus. Richtig schön. Und von vorne sieht sie so aus. Du hast sie zusammen gemacht. Mach sie mal auf, damit wir das sehen können. Ja, jetzt ist es ein bisschen ungewöhnt. Genau. Genau. So sieht sie aus. Jawohl. Kannst du dich auch drehen. Ich sage, viel Spaß, Sandy. Tschüss. 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 VierKauneincast. ía käsegnina. W B S Bis zum nächsten Mal.